Kein Ding Schöpfe Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal Ich sitze gerade mit Manu im Bus, im Auto Und wir fahren gerade aus Heidelberg heim Haben heute ein paar Labs am Königsstuhl in Heidelberg gemacht Und ich würde sagen, ich wünsche euch einfach viel Spaß Mit ein paar GoPro Aufnahmen, ich habe ein bisschen mit der GoPro gefilmt Und genau, der Manu fährt jetzt auch ein Pivot Firebird Und also Pivot Firebird 29, das gleiche Rad, der gleiche Rahmen wie ich auch fahre Und war jetzt mit dem Rad das erste Mal in Heidelberg Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß, wie immer Und wir sehen uns dann später wieder Und ja, viel Spaß, let's go! Ah, ich war die Scheiße, ich bin hier und der Manu kriegt es hin Das ist doch gemein, er kennt sich einfach zu gut hier aus Und das ist doch genau!.. Oh Gott! Musik Der Sprung zur Neocast-Technik. Trackstand. Im Provenance. Okay, da ist der Baumstamm. Are you ready for the challenge? Scheiße, gefahren. All invested in line. Ah, au. All invested in the Park. 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 da muss ich denn um die kurven prügeln hier ziemlich offen die kurven hier wir fahren mal eine runde flow trail das war stumpf minimal was tue ich denn schon wieder mal gerade nicht im pedal drin jetzt kurz technisch jawohl manu komm zieh durch jawohl alter neue line oh Oh! Woah! Das machen wir, machen ein Outro, wenn wir da ein Laufrad aufbauen. Das ist viel cooler. Können wir schon machen, machen wir so. Ja, wir haben gerade diskutiert, wie ich jetzt mein Outro mache. Wir nehmen natürlich eine Idee. Manus Idee, genau. Weil ich älter bin. Wir fahren jetzt gerade auf dem Weg zum Schaltwerk Schweigern. Und es wird so lustig. Der Mats ist nämlich auch da. Und es ist immer sehr witzig, wenn wir uns alle im Laden treffen. Beim Andi. Genau, und wir sehen uns dann einfach gleich im Laden. Da wartet nämlich was Neues auf mich. Ich bin schon richtig hyped da drauf. Mal schauen, das ist schon richtig spontan jetzt, dass ich das heute noch kriege. Ich wusste gar nicht, dass das jetzt schon kommt. Aber wir sehen uns dann gleich auf jeden Fall im Laden. Und ja, bis gleich. Richtige Aktivposition. Aktivposition. Jo Leute, wir kommen gerade aus dem Schaltwerk Schweigern. Ich habe euch ja gesagt, dass wir uns da noch sehen. Aber da waren so viele Kunden gerade, dass... Hey Manu! Da waren so viele Kunden gerade, da habe ich mich filmen können. Aber Leute, ergänzt euch was ich habe. Und zwar ist es das neue Nonplus Laufrad. Neue Räder von Nonplus Components. Richtig geil. Das sind Prototypen, die ich jetzt erstmal testfahre. Richtig cool. Für die habe ich auch Bilder und so gemacht. Also schaut auf jeden Fall mal bei Instagram vorbei. Nonplus Components. Ich blänze euch mal ein. Da seht ihr auch meine Bilder. Richtig cool. Der Julian testet Laufräder für die, wo wir im Finale waren. Der war im Finale dabei. Der Manu, der neben mir sitzt, fährt auch die Laufräder. Und ich jetzt auch. Erstmal nur das Hinterrad. Das Vorderrad dauert noch ein bisschen, bis es da Prototypen gibt. Aber richtig stock. Das Teil sieht richtig geil aus. Und das seht ihr auf jeden Fall im nächsten Video. Und ich habe auch die neue Makuga Bremsscheibe drauf. Ich finde, die Bremsscheibe sieht einfach nur hammergeil aus. Und richtig stock gerade. Und ja. Für euch war es das jetzt mit dem Video. Ich hoffe euch hat es gefallen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und da lang, Manu. Genau, ja. Weil da ist gesperrt. Da kannst du... Nein, nein, nein. Okay, wir fahren noch eine Runde mit dem Kreisel. Aber es ist nicht so schlimm. Kreisel fahren macht Spaß. So, da ist gesperrt. Da ist gesperrt. Und da ist richtig. Genau. Für euch war es das mit dem Video. Ich hoffe euch hat es gefallen. Schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Ciao. Ja. Und da ist vorbei. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020